Ich freue mich über Ihr Interesse am Bildungsangebot unserer Schule, der BWS 2 Wolfsburg. Wir sind ein regionales Kompetenzzentrum für berufliche Bildung im gewerblich-technischen Bereich. Unsere Schwerpunkte sind Metalltechnik, Elektrotechnik, Mechatronik, Fahrzeugtechnik und die Elektromobilität. Aber auch berufliche Fachrichtungen wie Farbtechnik, Holztechnik, Hauswirtschaft und Körperpflege halten wir im Bildungsangebot für Sie vor. Wir verstehen uns als Dienstleister für die ausbildende Wirtschaft, aber auch für Sie, wenn Sie schulische Abschlüsse erreichen wollen. Vom Hauptschulabschluss bis zur Hochschulreife reicht unser Bildungsangebot. Berufseinstiegsschule, Berufsfachschulen, die FUS sowie das berufliche Gymnasium und die Fachschule Technik warten auf Ihren Besuch. Unser Slogan, wir leben Schule, Chancen durch Bildung, soll Ihnen persönliche Erweiterungen in der Entwicklung bieten. BWS 2, innovativ und zukunftsfähig. Wir freuen uns auf Sie. BWS 2, innovativ und zukunftsfähig. BWS 2, innovativ und zukunftsfähig.